doch das lebt die lebt noch direkt vor mir was für ein Flugzeug nein die Kriegsgenugtuung bleibt stehen ich bin schneller als du bist du nicht ich bin schneller als so ich hab jetzt die Leben aufgehoben und außerdem ist die wieso ist hier ein brennendes Auto wenn das das guter sehen würde Kopfschuss, Kircheff, Verhöhungsschein, normale weniger super halt's Maul das schaut dann eigentlich auch richtig gut naja wenn du da einmal crit ist, dann ist der Gegner weg vom Fenster naja also ich hab gecritet und irgendwie fast null Schaden ich komm wieder hoch er soll aufhören sich zu bewegen oh stirbt da jemand ja komm mal wieder auf die Beine scheiße so freundlich hier wieder klar, wenn wir uns alle lieb nichts ohin oh Mensch das war wohl so nice das lässt sich ändern meins meins Munition hast du so einen Munitionsmangel? das ist ein Kabel Mangel an allem auch wenn er im real life viel zu viel Geld hat ok NEIN 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 ey bei der Welle oder was durch fuck mal ab what the fuck man sterbt einfach alle hier da komm ihr dreckigen Dreckigen Kill Klauen verreckt alle richtig schön hier weg mit euch ich brauche ich belebe dich mal wieder ich habe meine Kills klaut ihr Drecksviecher achso alter alter das ist scheiß Kompat-Riffle-Challenge hier ne Shotgun-Challenge ja mal geil gibt's auch jetzt kommen wir schon nicht Rocket Launcher Charlotte 100% ich find's geil wenn dann schlag ich euch so zusammen du weißt nicht mal wo die wohnen doch, wenn du weißt es das stimmt, ich habe auch seine Adresse ey iSpeed die verdä 농i ORE Och ós Facebook wie geil ein heimtückischer Stabliski geht's noch juhu der heimtückisch heimtückischer heimtückische ודה die das war so klar Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, Lenz, komm her, Lenz, zack, weg bist du. Ja, du scheiß Lenz. Können wir eigentlich einen Roland, einen Stands ersetzen? Bist du einen wichtigen? Ja, klar. Komm schon, wir nehmen lieber einen wichtigen. Ja, was soll deine bringen, deine alte? Was willst du eigentlich? Du stehst nur hinten und machst keine Kills. Wie man gerade eben sehen kann. Ich hab da jeden wiederbelebt. Alter, wie schnell wir dich. Nö. Alter, gibst euch das mal. Und das jetzt in der Bosswelle. Ihr gebt euch das mal, wie schnell ich renne. Und das in der Bosswelle. Und das in der Bosswelle. Ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich irgendwie irgendetwas mit Gegner machen, richtig viel Damage. Ne, die bleiben so schnell. Ja. Ja, die kommt jetzt wetsch oder so. Können wir unseren nächsten Boss? Einen Applaus für Bonehead. Können wir doch. Was macht der denn hier, ey? Das ist... Wo ist er denn? Wow! Was ist das denn? Was ist das denn? Was du hell? Hast du das Schild gesehen? Hast du das Schild gesehen? Wie oberübel. Ich weiß drauf, wir können sich verrecken. In den Bobbel laufen. Mann, bis dahin. Neustärke. Arschloch. Äh, Hilfe. Ja, ich belebe dich schon wieder. Wo sind die Schlöpfe, Banditeln? Wo ist der? Der Haupttapu. Laufen. Da hab ihn. Wie geht denn der ab? Der war jetzt so schnell. Der ist voll auf Speed, ey. Peter. Der benutzt bestimmt Bugs. Kann ich mir sagen, was er will. Speedhack. Aufheben, aufheben, aufheben. Ich hab nichts gekriegt, der Säcke. Tja. Damals hast du immer alles gekriegt. Ja, damals. Scheiße, Wache. Von wegen Wache. Ende, 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 Ende. Jetzt sagt kehrt alles an, dieser Drecksack. Ja, weil ich mein Bug drinne habe. Sonst. Ja. Der ist lame, sag ich doch. Penis. Gebiegen. Ey, Marvin, wir sind beide gleich. Wir sind gleich auch von den Punkten her. Ja, und wie was ich mir ging an, das ist. Juhu. Ach, nö. Deine Schadensanfälligkeit steigt, und deine Zielgruppe sind ja immer größer. Sledge. Genau. Ja. Das ist ungefähr drei Meter über dem Bildschirmrand draus. Das obere und das untere Fadenkreuzding sehe ich nicht. Oh, ich treffe ja mal gar nicht. Das ist für ein Sniper natürlich extrem scheiße. Nö, mit dem Raketenwerfer. Das ist für ein Sniper, das ist für ein Sniper, das ist für ein Sniper. So ein hässlicher Bandit will... Ja, Hauptsache, erst noch mein Kill-Clown. Ja, klar. Ähm, Mädels, ich brauche Hilfe, ich treffe nichts mehr. Jetzt kriegen schon 1000 XP, dafür, dass ich ihn wiederbelebe. Episch. Kommst du ja auch von euch rechtzeitig hinter? Ist doch scheißegal. Boah, danke. Wer es auch immer ist, wer ist es? Danke. Ich hab größter von allen. Hubel. Publikum. Das war mein Kill. Hey, du bist eine dreckige Ratte. Kannst du mich mal wiederbeleben? Wo bist denn du? Ach, da unten. Ey, danke, Babbel. Wissen Sie, ist hier jemand ein bisschen intelligent. Und sozial. Im Gegensatz zu anderen fetten Fleischklopfen. Knöp hier. Wen meinst du? Böser Brick. Aus. Ah, Mann, du L. Nee, grad keine Lust. Guten AK-Frau. Schrappchen. Nö. Ich babbel jetzt auch treffsicherer. So ist es ein Gegner. Wo stellt euch mal vor, Slash, treffsicherer. Habt ihr schon vergessen, dass, äh, es einen Truxikanischen Rester auch als Gegner gibt? Sind da Lens? Lens! Ja, und? Ich hab schon vergessen, dass es die... Ach, ist das schon die Bette? Nein, das ist die Gun-Belle. Hier ist ja vor allem ja schon, wieso wir Lens spawnen. Ja, und? Lens sind ja gar nicht so schlimm, wenn man Shale-Saurer rüberfährt. Vor allem, wenn man grad aus dem Nox DLC rauskommt. Viele kleine Löcher. Herausforderung übrigens. Nice. Wie gehen wir jetzt auch noch provozieren mit ihrem... Ja, du bist scheiße. Was? Du machst extra deinen Back nicht raus, ne? Damit du schon die ganzen Muffin abstauben kannst. Seht ihr mal, was das für eine lame Sau ist? Seht ihr das? Wenn ihr ihn kennt, ihr abonnieren und blockieren, bitte. Danke. Es wäre in seinem Sinne. Er will es nicht zugeben, aber er wills. Ich hab die BH-Welle verstanden. Er ist auch noch hörgestellt, also bitte, Leute, dieabonniert ihn. Ich bin alle schreien, weil sie brennen. Klar. Was zur Hölle, ich bin jetzt eigentlich gestorben und dann war ich wieder auf den Beinen. Ja und? Seid doch froh. Ja, bloß der Sterben kam völlig unvorbereitet. Oh, scheiße. Ich hab grad'n kleines Problem. Das ist groß und heißt time-typischer Wahnsinniger. Ich komme mal. Ich hab'n Flammen-Wahnsinniger hier von meinem Isolente. So. Ich frag mich, ob die Bosse extra Punkte geben, wenn man die killt. Diese extra Punkte? Ja, ich könnte mir vorstellen. Ganz einfacher Kill. Ich hab da vorhin zwei Stück alleine von gekillt, von diesem Wahnsinn. Du bist ja auch lame, schon vergessen? Hey, cool, Leben. Ja, natürlich. Hier ist noch Leben. Ja, nee. Ich steh' da, denk... Ja und er... Nee. Ich steh' da, denk' an nichts Böses und weg ist. Ich hab' doch gesagt, PS lame. Ach, nö. Das ist doch gleich noch mit dem Boss. Oh ja, kann das... Kann das sein? Spiel'n back at you! Böde, Böde. Das ist ein schlecht Arschwelle. Wieso kommt's über so'n halben Orgasmus? Das ist eine schlecht Arschwelle. Natürlich kommen jetzt Gags, mit denen man so gut kritische Treffer landen kann, wie sie ihn angreifen. Ey, fick' dich, Spiel! Du Skagse, ey. Nein! Natürlich nicht. Alter, was geht mit euch ab? Ähm... Wir praktizieren eine neue Technik. Scheiße, mein Handy fehlt. Fuck! Ja klar, jetzt ist der Kerl hier weggerannt. Wer... Wer hat mein Kill geklaut? Das war der Bubble. Ich hab hier ein Problem. Halt's Maul, Andy! Scheiße. Ich höre nichts. Ich aber. Ich kann jetzt gerade schlecht weg. Wahrscheinlich ist es jetzt... Wahrscheinlich ist es jetzt... Wahrscheinlich ist es jetzt... Wahrscheinlich ist es jetzt... Verwählt! Du... Ja, klar. Ja, klar. Noch mehr solche Paranoia. Paranoia-Extrem. Na klar! Das Ding ist jetzt geblieben, mein Boss. Ja, das ist immer so. Das bleibt immer so. Echt? Was? Man könnte sie glatt für Zwillinge halten. Hier ist unser Killer-Duo. Ach nö. Ich liebe die, die sind cool. Die sind so cool, die Typen. Meine Vorbilder. Das war mir irgendwie klar. Wie sollen wir bei dem typische Presse machen? Ich meine doch an, was die für große Köpfe da haben. Wasserköpfe. Das ist ein Missgeburt. H3-U-K-O-P-F. Wow! P-A wurde gepwned. Die fucking fangen bisschen an. Bubble-Gun wurde gepwned. Yeh! Was für ein blutiges Massaker hier einfach mal ist. Hm. Das geh ich schon extra vor, damit ich nicht was krieg und ich krieg immer zwei Sachen. Gell, du bist scheiße. Ich hab nicht so viel gekriegt. Gell, du bist scheiße. Da war ne Eridianwaffe dabei, sehe ich grade eben. Ja, und diese Kyla. Ja. Wir teilen später auf. Du bist noch bestraft, ich schwör's dir. Warum, was hab ich getan? Du mir die ganzen Sachen einsackst. Wir teilen zwar eh auf, aber trotzdem. Vier Kill. Noch ein. Ich glaub, Bosse bringen extra Punkte. Sonst wär ich jetzt nicht Erster. Ich baller die ganze Zeit mit meinem Raketenwerfer rum. Bist auch dumm. Ja, tut mir leid, wenn ich keine besseren Waffen habe. Bist auch schlecht. Halt die Fresse. Als nächstes kommt irgendwie wieder Combat Riffle Challenge. Sag ich auch immer Bubble. Ich kann jetzt nicht aufhören. Nächste Welle. Ich komm wieder hoch. Alter, bewegen sich alle so schnell oder nur die Gegner eigentlich? Alle. Weil ich geh nämlich eindeutig zu schnell ab. Weil ich hab den Bug drinnen und die Schnelligkeit. Dann mach deinen scheiß Berserker. Nein. Ja, aber du sind dreckig. Tschüss. Mach da. Ja, Peer ist so ein dreckiger Typ, der meint, ich verarsche euch alle. Nein. Ich glaub hier. Warum machst du da nicht einmal Berserker? Weil ich das so lustiger finde. Ja, genau. Och nee. Du bist so ein bisschen Spaßbubble. Du musst nah ran, um was zu treffen. Du musst nah ran, um was zu treffen. Ich kann mich immer mit Raketen nachfahren. Mir kapier ich nicht, dass ... Glaube ich dir. Dass diese Runde kommt. Und das erste was Pierre macht, ist rumstehen. Boah, ich treff ja nicht mal vom ... Das hier ist definitiv nicht jugendfrei, FSK 18. Ich wollte grad sagen 16. Da hab ich was verpasst. Ist hier was irgendwie über Nacht passiert? Ich treff ja nicht mal am Boden. Und irgendeiner klaut hier dauernd meine Kills. Komm mal, wer das ist. Bumm. Das sind doch Sterben, da kommt nur noch die Strafbank. Ich mag die Strafbank nicht, die macht mir Angst. Die Strafbank guckt mich immer so doof an. Und belästigt mich. Sexuell? Ja. Wie kann man sich sexuell belästigt von der Strafbank fühlen? Sexuelle Belästigung, Hand nach. Ja klar. Wie eiskalt der Bandit hier rumgebackt hat. Wie eiskalt dieser dreckige Berserkarns aufnimmt. Was heißt ... Das ist offenbar herrlich. Alter. Was hast du für Probleme? Dich? Wieso krieg ich 108 Pistolen-Munition? Ähm. Keine Ahnung. Was kommt's? Ach, super. Das bringt's ja in der Hornwelle. Die Hornwelle ist lustig. Nicht. Kaputt. Kaputt. Der Spiel kann sich selbst verarschen. Sieht, oder? Friska Warte! Jihad! Pierre. Da gibt's keine Volksversammlungen. Immer macht man keine Witze. Was zu ... wow. Mein Kill! Mein Kill! Ah. Irgendwer hat mich die ganze Gegend zieht sehr stark an die Zombie-Inseln. Wie viel läuft die Zombie-Inseln? Kommst du denn da rauf? Gib dir das mal, was hier, die ganz sumpfige Gegend hier. Was ist da denn bitte? Das ist doch nur diese eine Ecke da. Ja. Gut, da steht ganz fett Jacobs und die stehen über diese Pumpkin-Zoom aber trotzdem. Ist von allem etwas. Was? Das da hinten sieht aus wie Tatao Station. Ah, super. Und das da hinten sieht aus wie die Statao Station. Haben wir jetzt zweimal das gleiche gezogen? Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Du bist schuld, Pierre. Danke. Bitte. So nah kommt die abgelaufenen Ärsche. Der kann ja nicht mehr übersetzen. Ist halt schlecht, Ärsche. Was zur Hölle? Der hat mich mit drei Schüssen gekillt. Ja. Warum auch nicht? Ich finde irgendwie keine Gegner. Ich schon, die hauen mir alle ab. Die haben mich gekillt. Klar. Du kriegst ja keine Kills. Du kriegst doch die ganze Zeit Kills. Nein, kriegst doch keine Kills. Nein, kriegst doch keine Einzigen. Wohin sagst du, dass du einen Kills kriegst oder nicht? Weil ich dann rechts so ein kleines Ike kriege, dass man ein Schild automatisch regeneriert wird. Also schneller. Wenn ich die Kills kriege. Dann heißt das, dass ich dir die Kills klaue. Ja, du bist ein Arsch. Ja, Marvin, komm ja. Oder du einfach zu schlecht bist. Nein. Marvin, das zieht wie jeder ein Arsch. Ja. Ja. Die Welt ist Arsch. Nein, Arschloch, wenn überhaupt. Hauptkanonier Arschloch. Das stimmt, Boss Wille. Na komm. One Eye Jack. Lol. Das ist hart. Alter, was geht mit dem Kerl ab? Hilfe! 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 Wo bist du? Scheiße. Whkins! Wisse. Wo ist will ich auch? Willi? Ich bin ich fertig. Ich bin so gut los. Für mich. Vielen Dank.